Als erstes haben wir tatsächlich ein Stück des Laufes der zukünftigen Kipplaufbüchse abgeschnitten und diesen Laufabschnitt mit zu uns in die Schmiede genommen, wo wir ihn im Damascener Stahl verschmiedet haben. Wieder in der Prinzwerkstatt haben wir von dem Schaftholz der zukünftigen Kipplaufbüchse ein Stück abgesägt und aus diesem edlen Stück Schaftholz die Griffschalen für das Damascener Messer gefertigt. Aus dem Damascener Stahl wurden dann wiederum von Prinz die Teile für die Waffe gefräst und geschliffen, bevor sie zu uns in die Werkstatt kamen, wo wir sie gehärtet und vor allem geätzt haben. Durch das Ätzen kommt das einzigartige Muster des Damascener Stahls voll zur Geltung. Wir als zwei traditionelle Handwerksbetriebe freuen uns, diese Waffe gemeinsam mit diesem Messer vorstellen zu können. Das Ergebnis ist eine wunderbare Verbindung von traditionellen, klassischen Formen mit einer auffallenden und modernen Optik durch den Damascener Stahl, der akzentuiert in der Waffe wiederzufinden ist. Das Ergebnis ist eine wunderbare Verbindung von traditionellen, klassischen Formen bis 2020 eine durch die Waffe wiederzufinden soll. Das Ergebnis ist eine wunderbare Verbindung von traditionellen, klassischen Formen